so da sind wir auch schon wieder zurück denn mir ist aufgefallen es gibt heute noch was neues im shop nämlich ganz hinten aber kurz in eigener sache wenn ihr einen skin gewonnen gewinnen wollt schreibt bitte euren epic namen unten rein und vergesst auf gar keinen fall mir eine freundes anfrage zu schicken dazu einfach yt unterstrich family pack einfach eintragen dann hier auf bestätigen verschicken geht nicht möglich da ich mich natürlich nicht selbst als freund einladen kann weil wenn ich im stream den skin verlose könnt ihr den skin noch nicht erhalten weil wir noch keine zwei tage befreundet sind also schickt mir gerne wirklich alle freundes anfang ich nehme auch alles an macht euch da mal keine gedanken das wird das kleinste problem sein so dann gehen wir direkt mal rein nämlich das wellenbrecher paket ist da das ganze besteht natürlich aus dem skin dem rücken accessoire plus diese spitzhacke und das ganze halt für fünf euro aber man kriegt zusätzlich halt noch 600 wie bugs was bedeutet wenn ihr euch ins gehen kauft von wie bugs dann muss man eigentlich so ein angebot mitnehmen weil du hast erst mal die 600 wie bugs und hast natürlich den skin noch dabei also in dem sinne es ist eigentlich man muss es kauft es ist natürlich kein muss aber wenn man sich dauernd irgendwie wie bugs kauft und sich davon skins kauft so hat man uns gehen kostenlos dazu in anführungszeichen kostenlos aber wie gesagt es muss jeder für sich selber entscheiden ich sage immer gibt nicht zu viel geld aus denkt dran es gibt auch noch ein leben draußen für fünf euro kammer auch schon sich was anderes kaufen gerade wenn man noch jünger ist weil da hat man ja eh noch nicht so viel geld bei mir ist es ein bisschen was anderes ich gehe arbeiten aber da auch auch für mich ich muss mir überlegen lohnt sich das weil wenn ich es jeden tag mache dann sind das auch im monat 150 euro und stopp meine kinder werden dann auch meckern wenn es dann irgendwie halt nicht mehr mcdonalds geht so das war es eigentlich schon dazu war nur ein kurzes info video quasi und dann würde ich sagen gerne abo da lassen schreibt halt gerne kommentare ob ihr euch das paket geholt habt ich werde es mir definitiv gleich holen weil ich brauche die wibachs halt echt um euch halt natürlich die scans dann zu verlosen und in dem sinne würde ich sagen haut rein und wie immer gibt nicht so viel geld aus das ist das ist das ist das ist das ist das ist das ist